Hey Leute, da wir immer wieder Fragen zum Thema Rekuperation Mittelmotor bzw. Rekuperation beim Mittelmotor erhalten, möchten wir dieses Thema in diesem Video behandeln. Bei der Rekuperation handelt es sich um Rückgewinnung der Energie, in unserem Fall Rückgewinnung der elektrischen Energie. Gemeint ist also das Aufladen des Akkus durch zum Beispiel Bergabfahren. Wie funktioniert das? Durch den rollenden Reifen und die dabei wirkende kinetische Energie wird der Motor angetrieben und somit zum Generator. Durch den elektromotorischen Widerstand wird nun Strom erzeugt und in den Akku eingespeist. Das bedeutet, dass wir die Rollenergie des Reifens zum Motor übertragen müssen. Bei einem Nabenmotor ist das kein Problem, da dieser über die Speichen direkt mit dem Reifen verbunden ist, egal ob der Motor in der vorderen oder hinteren Radnabe sitzt. Beim Mittelmotor müsste diese Energie über die Fahrradkette zum Motor übertragen werden. Die schlechte Nachricht, zwei Freilaufkupplungen verhindern diesen Vorgang, wobei ein Freilauf schon zu viel wäre. Zum ersten Freilauf. Jedes Fahrrad hat hinten einen Freilauf, damit sich beim Bugabfahren die Kette und somit die Pedale nicht mitdrehen. Dieser Freilauf verhindert also genau das, was wir für die Rekuperation benötigen würden. Nämlich, dass sich die Kette bewegt. Beim Barfang BBS HD Mittelmotor verhindert ein weiterer Freilauf, dass der Rotor im Motor beim Treten ohne Motorunterstützung mitbewegt werden muss. Das ist eine erwünschte Funktion und vermindert den Tretwiderstand. Wie man also sieht, ist eine Rekuperation und somit eine Energie Rückgewinnung zum Aufladen des Akkus bei Verwendung eines Mittelmotors nicht möglich. Bei Nabenmotoren ist das schon möglich und bringt ca. 10% Energierückgewinnung. Bisher gibt es auch keine effizienten externe Lösungen. Es gibt beispielsweise Dynamos, welche einfach beim Bugabfahren an den Reifen geklappt und von diesem durch das Rollen angetrieben werden. Auch das bringt kaum nennenswerte Ladeergebnisse. Aber mal sehen, was die Zukunft und die Forschung in diesem Bereich bringt. Ich hoffe, ich konnte euch zu diesem Thema Klarheit verschaffen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und ganz wichtig, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Läden, 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 Läden.